Liebe Gäste, wir freuen uns beide hier, dass wir ein ganz neues, wunderbares Format präsentieren dürfen. Das Format heißt Bildklang und verbindet Rostocker Filmemacher, die Musikbänden, Synthesia mit eigenen Stücken, die für diese Ausstellung geschrieben worden sind. Und auch gleichzeitig großartige Kunstform Michael Triegel, einer der wohl wichtigsten deutschen Maler. Und das wird ein ganz besonderes, neues Erlebnis sein. Und startet wird das Ganze am Samstag um 20.15 Uhr, einfach dem YouTube-Link von Triad folgen. Dort werden wir an dem Abend auch live in dem YouTube-Chat sein, also Uwe Neumann direkt anzuchatten und auch wir. Wir freuen uns auf euch, auf Sie und bis bald. Es wird großartig und was ganz Neues. Vielen Dank an die Kunsthalle für die tolle Idee. Vielen Dank an euch. Vielen Dank.